Cyberpod präsentiert den Fitness-Tracker Fitbit Charge 3. Aktiv bleiben und seine Gesundheit immer im Blick haben. Mit der dritten Generation des Fitness-Trackers Charge von Fitbit soll das kein Problem sein. Wie Sie die smarte Armbanduhr im Alltag unterstützt, stellen wir Ihnen jetzt vor. Die Fitbit Charge 3 gibt es in Schwarz und in Rosé-Gold. Dazu können Sie aus einer großen Auswahl an Armbändern wählen. Das Touch-Display besteht aus einem Graustufen-OLED mit Gorilla-Glas-Oberfläche. Das Gehäuse ist bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht. Passend dazu gibt es nun eine Tracking-Funktion, die Ihre Bahnen beim Schwimmen zählt. Außerdem werden typische Daten wie verbrauchte Kalorien, Schritteanzahl und Strecke getrackt. Auch die Schlafphasen inklusive REM-Phase sowie den Sauerstoffgehalt in Ihrem Blut können Sie mit dem Tracker überwachen. Ein optischer Herzfrequenz-Sensor ist ebenso am Start. Dadurch messen Sie kontinuierlich Ihre Herzfrequenz und können Ihr Training optimieren. Wenn die Fitbit Charge 3 gerade mit dem Smartphone verbunden ist, können Sie damit auf Benachrichtigungen auf dem Smartphone reagieren und eine kurze Nachricht zurücksenden. Ebenso ist es möglich, sich über Anrufe, das Wetter oder Termine informieren zu lassen. Optional ist die Fitbit Charge 3 auch mit NFC-Chip erhältlich. Sie können dann einfach Ihr Konto mit der Fitbit-App verknüpfen und anschließend durch das Auflegen des Armbands am Kassengerät via Fitbit Pay zahlen. Über ein GPS-Modul verfügt die Fitbit Charge 3 nicht. Wenn Sie trotzdem GPS nutzen möchten, muss der Tracker mit dem Smartphone verbunden sein. Mit einer Akkuladung hält der Fitness-Tracker bis zu 7 Tage durch, sodass sich eine Woche lang Tag und Nacht die körperlichen Daten erfassen und auswerten lassen. Immer über die eigene Fitness und Gesundheit im Bilde mit der Fitbit Charge 3. Sollteibe mit der Fitbit Charge 3 nicht. Vielen Dank.